Ich lerne Deutsch. Ein Wort. Sechs Sätze. Finanzen Die Finanzen eines Unternehmens sind entscheidend für seinen langfristigen Erfolg. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es ratsam, einen Finanzberater zu konsultieren. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es ratsam, einen Finanzberater zu konsultieren. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist es ratsam, einen Finanzberater zu konsultieren. Eine solide Finanzplanung kann dazu beitragen, finanzielle Engpässe zu vermeiden und langfristig Wohlstand aufzubauen. Eine solide Finanzplanung kann dazu beitragen, finanzielle Engpässe zu vermeiden und langfristig Wohlstand aufzubauen. Die Finanzkrise von 2008 hatte weltweit erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzen vieler Menschen. In vielen Unternehmen gibt es eigene Abteilungen, die sich ausschließlich mit Finanzen beschäftigen. In vielen Unternehmen gibt es eigene Abteilungen, die sich ausschließlich mit Finanzen beschäftigen. Finanzen spielen eine Schlüsselrolle bei der Entscheidungsfindung in Unternehmen und Regierungen. Finanzen spielen eine Schlüsselrolle bei der Entscheidungsfindung in Unternehmen und Regierungen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Gelücü, ein Whichever Sch postponed. Außerdem schauen wir, Video auf. Vielen Dank.